Reste Stunde, vier Grundstufe, Lektion 1, Ferienade. Guten Tag, ich bin Frau Sarah, wie geht's euch? Ich vermesse euch sehr. Dieses Jahr lernen wir Hallo an einem Buch. Wettet, konzentriert und funktiert meine Videos. Auf Wiedersehen. Heute sprechen wir über ein neues Thema. Die Personalpronomen. Die Personalpronomen. Ich, ich ähnlich I. Du, du ähnlich you. Er, er ähnlich hier. Sie, sie ähnlich she. Wir, wir ähnlich we. Ich, ihr, ihr ähnlich you plural. Sie, sie ähnlich they. Wir haben zwei sie. Für Deutsch haben wir zwei sie. Sie, 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 Unterricht. Untertitelung im Auftrag des ZDF Und jetzt, tschau mal dieses Video und holt es zu. Ich. Ich heiße Anna. Wie heißt du? Familie Meier. Sie. Plural. Die Kinder heißen Lara und Jonas. Sie sind beide acht Jahre alt. Sie. Er. Wir. Wir sind ein Paar. Sie. Formelle Anrede. Möchten Sie sich setzen? Ihr. Kinder. Wo wart ihr? Wir. Wir waren im Garten. Es. Das Baby schreit. Es ist müde. Und jetzt, das Video ist fertig. Wir erklären noch einmal mit verschiedenem Bild. Hier. Ich. Ich. Du. Du. Er. Je. Ho. Sie. She. Herr. Und es. Es wird benutzen. Es. Wenn wir haben irgendetwas. Wort hat den Artikel das. Ich. Der Artikel ist das, das. Das ist das. Wir machen es mit oder verwenden sie mit S. Oder ein Ausme Platz ist es mit S. Wir machen es mit S. Und jetzt sind wir. 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 Hier. W.. plural in tun sie die und hier ist sie für die große personen es gibt hier es groß und im satz gibt es hier kese auch frau kese weiter es gibt hier ein bild und wir müssen die Bezunarbronomen schreiben wir müssen die Bezunarbronieren wir müssen die Bezunarbronieren wir müssen die Bezunarbronieren und hier ich du und hier hier er und hier hier sie sie und hier das Baby die Wort hat den Artikel das also die Bezunarbronieren die Bezunarbronieren und hier hier wir wir und hier wir und hier ihr und hier und hier sie sie und hier weiter weiter und hier also ergänze bitte es gibt einige Sätze wir können zuerst lesen n heiße Benno n heiße Benno ich ich heiße Benno nummer 2 wo wohnest wo wohnest ich wohnen in Giza dajman dajman lemma bjuqafel egeba ich jibqana saallt bieh bidu jibqana saallt bidu jibqa wo wohnest du nummer 3 Anna ist da ist schularen schularen was bedeutet schularen student Anna da ism bent jibqa haawad aneha bieh sie hier nummer 4 Benno ist da Benno ist da hmm ist schula hmm Benno ism walad haawad ane bieh er هو nummer 5 das buch ist neu weeh n ist gellb il buch il kitab da neu gdeed n gelb lounu asfarr jibqa ane hindi kelemah al artikel betachah das haawad aneha bieh is wir haben das gesagt das vorrth l artikel betachah das Vieh Der ist eine Auszeichnung. Die, 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 die. Sie 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 Und hier Nummer 8 Hier schon Wo wohnen? Hier und hier Hier und hier Sie haben sie Sie haben sie Nummer 9 Woher kommt ihr? Entschuldigen Wir kommen aus Ägypten Wir Sie haben sie Nummer 2 Wenn die Frage Es gibt in der Frage Du Im Antwort gibt es ich Also wenn in der Frage Gibt es ihr Im Antwort gibt es wir Lama basal bei ihr Daiman begehob bei wir Nummer 10 Frau Lisa Komma Frau Wo wohnen? Wo wohnen? Woddu sie l-e Lehtraum Taat lehtraum Sie Weiter Die Stunde Kommt zu Ende Und das ist die Hausaufgabe Seite 8 Bitte vergesst nicht Die Hausaufgabe zu machen Danke Und auf Wiedersehen Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal